Aber was ich nicht verstehe, fängt jetzt schon wieder an, weil sie ist ja jetzt noch voll auf der anderen Seite. Haben das bis jetzt alle im Zeitraum geschafft? Ja, ne? Ja. Du hast 45 Sekunden Zeit und die Aufnahmen sind immer so 14 Sekunden oder sowas. Ja. Nein, lecker. Ja? 14 Sekunden? Wie gesagt, 14 Sekunden? Weiß ich nicht. Ich hab die Pause geführt, das ist ja nicht die Aufnahme, ja. Aber ein Lauf geht etwa, ich würd sagen... 30 Sekunden. 35 Sekunden so im Schnitt. Weißt du, was super geil wäre? Das müssen wir uns noch bauen. Ja? Ähm... Ein Ständer mit einem schwarzen Tuch oder irgendwas. Ja. Von hinten. Von hinten. Ne. Dass der Monitor immer dunkel ist. Ja, ja. Weil wenn er hell wird, dann siehst du kaum wo die Frau ist. Scheiße, ja, das ist katastrophal, ja. Das stimmt nicht. Das ist voll schwer Hängungen. Normalerweise hätte ich jetzt richtig katastrophal Hängungen. Ja, ich war schon mit dem. Ja, ich war schon mit dem. Ja, ich weiß was heißt mit dem. Ich war auf jeden Fall schon so. So. Ja, ich war so richtig so. Ich war so richtig so. Ich war so richtig so. Auf Kuschel. Kuschel! Schöne, ich war schon. Ich war so richtig so. Ja. Was ist der Widow, ist der Widow.